Was ist das Ecolight-System der thermischen Behandlung von keramischem Brenngut? Das Ecolight-System dient der thermischen Behandlung von keramischem Brenngut. Insbesondere in der Sanitärindustrie spielt das System dabei seine Stärken aus. Durch die Verwendung von SI-SIC-Stützen, N-SIC-Lochplatten in Bohrgrids sowie den Ecolight-Balken ist es möglich, die thermische Masse im Ofen erheblich zu reduzieren und damit 10-15% Gewichtseinsparung zu realisieren. Besonders hervorzuheben sind dabei die Ecolight-Balken. Durch ihre bis zu 40% höhere Werkstofffestigkeit und Kriechbeständigkeit gegenüber Wettbewerbsmaterialien ist es möglich, die Querschnitte der Balken von 40 auf 30 mm und weniger zu reduzieren. Gleichzeitig garantieren wir dabei weniger als 0,1% Durchbiegung. Da wir auf unser Ecolight-System vertrauen können, bieten wir unseren Kunden eine fünfjährige Produktgewährleistung auf die Ecolight-Balken. Abgerundet wird unser Ecolight-System durch ein einzigartiges Dienstleistungspaket. Dieses beinhaltet neben der Konstruktion und Auslegung des Brennhilfsmittelaufbaus die Visualisierung und die Simulation der Lastsituation sowie eine Berechnung der Energieeinsparung.